Der Live-Radio-Wochenrückblick Die Metaller haben gestreikt, es geht um deren Lohn. Und Bier aus Molke, wie bitte? In Schweuchter gibt's das schon? Da pflegt mir ja mein Bier aus meiner Hand vor lauter Schrecken. Zum Glück war es kein roter Wein. Bier macht keine Rotweinflecken. Der Siegner Benko gibt die Führung ab. Die Zeit ist reif. Und Patrick Dempsey wird gewählt. Sexiest Man Alive. Was der von Grace Anatomy. Schöner als Brad Pitt. Was sagen Sie zum Dempsey leicht? Wenn ich die Augen zumache, ist es ja vielleicht sexy. Aber wenn ich ihn anschaue, nicht. Ein ganz seltenes Schauspiel war bei uns die Woche zu sehen. Polarlichter, doch frag mich bitte nicht, wie die entstehen. Wieder Schule, nach den Ferien. Manch Kinder sind noch schlapp. Wie waren sie denn die Ferien? Langweilig. Wo warst du? Daheim, weil ich Hausarrest gehabt hab. Das war's, liebe Tiroler. Diese Woche, die ist vorbei. Auch nächste Woche. Live-Radio hören. Seid's vorne mit dabei.